Norddeutscher Rundfunk 2021 Was für ein Tag die Sonne scheint, dass Ponycorn-Top die Tierchen galoppiert. Arme Ponys, weg, weg, weg! Sparky, halt dich fest, Tumpel! Der Winzling-Rummel, was ist das? Eine Art spezieller Ponyrummel-Bereich für Tierchen, Fohlen und sowas? Und Drachendads, ich komme, Tumpel! Wir können ihn nicht allein gehen lassen, kommt mit! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich verstehe, dass das ins Recken geht! Aber wir müssen ruhig bleiben! Meine Stimme! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Das Winzling-Rummelbettrennen kann jeden Moment beginnen. Watschelt rüber und kämpft um den süßen Hauptpreis. Schauen wir mal bei meiner Co-Moderatorin vorbei, die sich unter die Teilnehmenden gemischt hat. Dazzle? Bist du da, Dazzle? Gugugaga, Gugugabasga. Ähm, gut, jetzt wissen wir, was passiert, wenn man ein Nachrichten-Pony zum Winzling-Rummel schickt. Sie werden winzig, genau wie alle anderen auch. Und es geht los. Wuhu! 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 Oh, oh! Da fliegen ihn die Kuscheltiere um die Ohren. Wuhu! Wuhu! Und aus diesem Kronpony solltet ihr immer euer Spielzeug teilen. Oh, entzickelnde, hüftelnde Babys. Oh, nicht stolpern, Pompis. Oh, so eine herzerwärmende Wiedervereinigung von Babydrachen und Drachendead. Und gerade noch rechtzeitig vor den Riesenbrocken. In mir vereinigen sich alle drei Kroniarten. Wenn mein Schönheitsfleck erwacht, gibt er mir Hoffnung so stark. Ich kann es kaum erwarten. Auf! Herzlichen Glückwunsch, Team. Ihr habt den goldenen Schnuller des Winzlingrummels gewonnen. Ihr müsst ihn nur noch meiner Co-Moderatorin im Taschenformat entreißen. Das Volk bekommt ihr nie wieder ab. Aber das Glitzern! Wow! Können wir morgen wiederkommen? Und am Tag danach? Oh! Und am Tag danach? Was sagst du, Hitch? Hitch?